Das sind Gabi, Max und der kleine Tim und bald ist auch noch Anna da, aber dann ist ihre Wohnung wirklich zu klein. Eine größere Wohnung oder ein Häuschen wären schön. Mit den Förderprogrammen der BayernLabor können sich auch Familien mit mittlerem Einkommen den Traum vom eigenen Zuhause verwirklichen. Gefördert wird mithilfe von befristet zinsverbilligten Darlehen und Zuschüssen aus dem Bayerischen Wohnungsbauprogramm und dem Bayerndarlehen Bayerisches Zinsverbilligungsprogramm. Informieren Sie sich mithilfe unseres Förderlotsen, ob auch Sie förderberechtigt sind und Sie schon bald mit uns den Traum vom eigenen Zuhause erfüllen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017